hallo meine lieben ja ich habe mir wirklich sehr lange überlegt ob ich dieses video mache weil es halt in verbindung mit den geschehnissen mit den derzeitigen geschehnissen in afghanistan besser gesagt in kabul zusammenhängt und wie ihr sicherlich wisst versuche ich da die aktuellen politischen geschehnisse zumindest wenn sie so viel leid erzeugen herauszulassen doch es ist wirklich einfach zu interessant und zwar hat mich der user nox obscura darauf aufmerksam gemacht und zwar hat er mir einen link zukommen lassen in den kommentaren ich blende ihn noch mal kurz für euch ein ich hoffe der nox obscura ist damit einverstanden ja und der linke führt zu einem zu einem aktuellen beitrag von spiegel von spiegel tv hier auf youtube auf der youtube präsenz von spiegel tv und ja zeigt einen kurzen bericht über die aktuellen geschehnisse eben in kabul und ab minute 3 24 wird halt ein ausschnitt gezeigt wo der kameramann kurz in den himmel schwenkt und dann sofort wieder zurück und wenn man das ganze mal verlangsamt wie ich das hier für euch gemacht habe und immer weiter verlangsamt und heranzoomt dann sieht man dort etwas am himmel was ja ungewöhnlich erscheint es sind mehrere lichter die quasi in dreiecks form in einer formation fliegen ich weiß ehrlich gesagt nicht was es ist sind es tatsächlich flares also täusch körper die über kabul abgeworfen worden sind oder sind es ballons die vom sonnenlicht angestrahlt werden vielleicht habt ihr ja eine idee was es was es wirklich sein könnte das bildmaterial wenn man ranzoomt ist natürlich er unterliegt dann einer gewissen unschärfe und unter den kommentaren oder unter dem kommentar den nox obscura unter dem letzten video gesetzt hat gibt es natürlich schon einige spekulationen ob dann wirklich außerirdische und beobachten beziehungsweise das kriegsgeschehen dort beobachten ich möchte jetzt auch gar nicht so sehr auf auf die geschehnisse dort unten oder dort oben eingehen sondern das bildmaterial für sich selber sprechen lassen und ich finde es schon wirklich faszinierend aber vielleicht bin ich da auch einfach nur zu sehr in der thematik deshalb wie gesagt möchte ich das ganze an euch weitergeben was könnte es sein sind es wirklich flares oder geht da wirklich etwas vor wo das geschehen dort beobachtet wird also mir kommt es vor dass die objekte sagen wir mal die uap die ufos die unbekannten objekte dort statisch am himmel stehen ich weiß dass flares für eine gewisse zeit dort auch den eindruck machen als würden sie fest am himmel angetackert dort oben stehen statisch statisch da oben stehen ich weiß es nicht wenn man sich den schwenk ansieht erkennt man auch dass das dort im hintergrund noch andere lichter zu sehen sind also nicht unbedingt eine dreiecksformation bilden wie gesagt ich fand es jetzt einfach zu interessant um es euch vorzuenthalten und ich würde euch auch wirklich bitten keine kommentare zu den geschehnissen dort in jeglicher weise zu posten sondern sich wirklich auf das bildmaterial zu konzentrieren das ist ja so schon alles schlimm genug es ist immer schlimm wenn menschenleid geschieht und darüber müssen wir uns nicht noch hier auslassen ja ich hoffe dieser ganz kurze beitrag hat euch einen mehrwert geboten wir sehen uns dann wie immer am dienstag also morgen wieder und ja bis dahin wie immer augen auf und bis zum nächsten video